Was geht ab Freunde? Bombernik hier. Im heutigen Video möchte ich über eines meiner Lieblingsprojekte sprechen und zwar Bombcrypto. Vor ziemlich genau 30 Tagen habe ich hier mein erstes Investment getätigt, 3 Bombermänner gekauft und mittlerweile ordentlich Becoins gesammelt. Wie viele im Endeffekt dabei rausgekommen sind, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und des Weiteren möchte ich auf jeden Fall mit euch den PvE, den Adventure Modus angucken. Aber bevor wir den tatsächlich spielen können, müssen wir ein Team von 15 Bombcryptos haben. Und das heißt, da werden wir auf jeden Fall aufstocken. Voller Mint, wird richtig geil. Und zu guter Letzt noch einen Blick in den Marketplace, der schon released ist, aber noch sehr beschränkt ist. Das heißt zusammengefasst, wir beschäftigen uns in diesem Video mit Minting, PvE, Marketplace und zu guter Letzt meine Earnings. Let's go. Also, wie bereits schon erwähnt, am Anfang bin ich mit 3 Heroes gestartet. Leider war ich sehr unlucky, 3 Comments, weshalb mir der ganze Farm Progress ein bisschen zu langsam ging. Actually, direkt nach dem Upload meines ersten Videos habe ich mich dazu entschieden, weitere 5 zu holen. Tja, und so wie ihr sehen könnt, war ich, würde ich sagen, an dem Abend nicht ganz so lucky. Einmal Comments, 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 Comments und zu guter Letztem Comments. Tja, das bedeutet, wir haben jetzt ein wunderschönes Team aus 8 hässlichen Comments mit mittelmäßigen bis scheiß Stats. Tja, und dann so knapp eine Woche später entschied ich mich, meine Gewinne, die ich bei TheCryptoU erzählt hatte, in Bombcrypto wieder zu investieren. Ich hatte das Gefühl, bei einem Dollarkost von 2,69 für einen B-Coin ein gutes Investment hier zu tätigen. Also, 50 Coins gleich 5 Heroes. No, nicht noch ein Comments, das kann doch nicht sein. In meinem Discord alle posten sie ihre fetten Heroes und ich ziehe nur Comments. Explosion, das bringt mir nichts. Aha, noch einer, so ein scheiß Pepega. Ey, das ist der dritte jetzt in Folge, ich habe noch zwei Gems. Nein, nein. Komm, letzter jetzt, letzter. Gib ihm. Oh, zumindest ein Rare. Immerhin ein Rare. Ja, Stats sehen soweit ganz gut aus, würde ich sagen. Okay, das ist ganz geil mit der Battery, würde ich sagen. Und Move Through Blocks, hm, I don't know. Okay, was geht hier ab? Kleine Zusammenfassung. Am 28.12., also genau sieben Tage, nachdem ich in das Game das erste Mal investiert bin, habe ich bereits 13 Heroes gemintet. Und davon 12 Common und ein Rare. Ja, ich weiß, das ist ANG, also alles Lack. Aber wie gesagt, der Blick in meinen Discord hat mich wirklich gekillt. Ich habe hier einen extra Channel erstellt, wo wir uns ausschließlich über Bomb Crypto unterhalten und der Austausch ist wirklich super geil. Der gute Gender hat kurz nach dem Release auch fünf gemintet, davon drei Comments und zwei Rare. Das Ganze sehen wir immer hier, sehr, sehr lecker. Hat auch tatsächlich gleich einen geupgradet, das werden wir später auch noch machen. Und der Johann hat ebenfalls sich dreimal gegönnt, davon zwei Comments und ein Super Rare. Super, super, super geil. Und kurz danach droppte der Gender nochmal die Frage, wie viel Bomben kann er legen? Hab jetzt auch einen. Also eben mal auch ganz lucky eingezogen. Naja. Tja, und da wir jetzt 13 Champs haben und eigentlich nur noch zwei fehlen für ein volles Team. Ihr wisst, was kommt. Two more? Whatever. Let's go. Five more. Please, please, please. Common Frog. 1, 1, 3 Stats. So richtig viel Stamina, aber richtig scheiße. Oh, und noch ein Froggy. 2, 2, 1. Immerhin ein bisschen besser. Oh. Noch ein Comment. Okay. Mein Team ist fast vollkommen. Sehr geil. Es bleibt dabei. Und es wird immer beschissener. Und das ist die große Krönung. Mensch. Ich hab keinen Bock mehr. Ladies and Gentlemen, Full Team of Comments. Darf ich vorstellen? Ich würd sagen, damit bin ich das absolute Beispiel. How not to mint. Okay, wir haben jetzt 18 Heroes und ein Rare davon. Rare ist jetzt nicht super geil, aber immerhin hätten auch 18 Comments sein können. Sehen wir das Ganze positiv. Für den Adventure-Modus brauchen wir Anyways 15 Heroes. Das heißt, diese Voraussetzungen haben wir bereits gesetzt. Und man spielt ausschließlich mit seinem besten Hero, mit meinem Rare. Das heißt, diesen werden wir jetzt noch ein bisschen pimpen und tunen. Mein ganzer Plan geht nämlich perfekt auf. Man darf ja maximal nur 15 Champs aktiv haben. Das heißt, wir haben drei Inactive. Diese werden wir nun opfern, um unseren Hero, unseren Rare Hero, abzugraden. Um einen Hero auf Level 1 upgraden zu können, brauchen wir einen Hero Level 1. Das heißt, wir können ihn easy auf Level 2 ballern. Um einen Hero ein zweites Mal upgraden, also von Level 2 auf Level 3, brauchen wir ebenfalls einen Hero derselben Stufe. Das heißt, einen Level 2er. Das heißt, der Plan ist wie folgt. Wir werden das erste Mal unseren Helden auf Level 1 upgraden. Dann werden wir einen von unseren Uncommons auf Level 2 upgraden, den wir dann schlussendlich wiederum opfern, um unseren Rare auf Level 3 zu ballern. Und zack, wir haben jetzt immerhin zwei Power mehr. Let's go. So, nun wird es jetzt richtig spannend. Und zwar, wir werden jetzt den Adventure-Mode spielen. Wie gesagt, 15 Champs sind Voraussetzungen und einen Key. Diesen Key habe ich mir bereits einmal schon mal freigespielt. Den Key bekommt ihr ganz easy in den Treasure Hunt aus einer besonders roten Truhe. Den ihr dann nun für den Adventure-Mode einsetzen könnt. Wir werden jetzt diesen Key zusammen live zocken. Das heißt, wir sind ja auf Stage 1. Davon gibt es fünf Level. Am Ende gibt es einen Boss. Und wir müssen jetzt unseren Champion auswählen. Wir werden auf jeden Fall unseren Rare nehmen. Selbstverständlich. Und abhängig von der Rarity von eurem Champ steigen automatisch die Rewards an. Das heißt, für einen Rare bekomme ich jetzt 1,1. Ich weiß nicht genau, wie viel ihr für einen Legend oder sogar Super-Legend bekommt. Auf jeden Fall ist der Gedanke hier, je besser dein Hero ist, desto besser wirst du natürlich belohnt. Ich würde sagen, es ist wirklich komplett First-Try. Ich habe es noch nie gezockt. Wir hopsen einfach mal rein. Mal schauen, ob wir es First-Try schaffen. Holy Shit. WASD. Ich habe keinen Plan, wo man die Bombe legt. Ich denke, bei Leertaste. Ja. Ey, das erinnert mich so krass an Bomberman früher. Das Geile ist, ich habe halt Moving-Through-Blocks. Deswegen habe ich hier eigentlich einen ganz guten Vorteil. Man sieht ja auch meine Stamina. Die geht halt verloren, wenn ich sozusagen Damage vom Gegner halte. Ich werde diesen kleinen Boy hier mal abfacken jetzt. Ah, ich bin ein bisschen am Studdern. Okay, krass. One-Hit, alles klar. Das heißt, er war ziemlich schnell eliminiert. Ah. Oh, was für ein Timing, natürlich. Alles calculated. Ich habe echt Angst. Ah. Okay. Ich weiß nicht genau, wie viel Damage das Ganze mir jetzt hier verursacht. Aber anscheinend, ja, es läuft ganz okay. Den müssten wir auch haben. Ja. Das heißt, die erste Stage scheint wohl recht easy zu sein. Ach, du Kacke. Okay, da haben wir mal ganz kurz uns die Pfote verbrannt. Und der kriegt auch seine Bombe. Moving-Through-Blocks ist actually ganz nice. Mit Treasure-Hunt-Modus bringt es halt gar nichts. Aber hier mit Venture-Modus scheint es ganz nice zu sein. Und dieser Block blinkt da jetzt. Und da scheint, denke ich, jetzt der Axis drunter zu sein. Den müssen wir jetzt nochmal ganz kurz freibomben. Ja. Da noch eine Bombe hin. Und rein da. Let's go. Juhu. Okay, das Ganze müsste uns jetzt 1,1 Beacon. Ja. Als Reward geben. I mean, why not? Ich würde euch natürlich jetzt gerne die Stage 2 zeigen. Aber leider habe ich jetzt keine Keys mehr. Das heißt, erstmal muss ich wieder im Treasure-Mode fahren. Aber ich kann euch gerne in einem weiteren Video zeigen, wie wir die ganze Stage hier durchclimben und den Final-Boss besiegen. Wenn ihr Bock darauf habt, gerne mal die Kommentare schreiben. Und wir schauen uns jetzt den Marketplace an. So. Hier sind wir nun im Marketplace von Bombcrypto. Und hier können wir nun jetzt Be-Heroes oder auch Be-Houses kaufen. Und hier sind es einmal das Dashboard. Hier können wir recently listed, recently sold. Das Ganze sind ein paar Statistiken für die letzten 24, 37 Tage. Und vor allem interessant ist natürlich jetzt hier der Markt. Hier haben wir auf der linken Seite ein paar sehr, sehr schöne Filter. Aber leider können wir aktuell nur Super Legends listen. Die Entwickler haben ausdrücklich gesagt, dass sie erstmal ihren Fokus auf den Adventure-Mode legen wollten. Und da sozusagen alle Bugs beheben wollen und ähnliches, bevor sie jetzt hier tiefer in den Marketplace einsteigen. Des Weiteren wollen sie vorsichtig mit der Wirtschaft umgehen von Bombcrypto. Und haben daher den Market erstmal nur auf Super Legends beschränkt. Hier könnten wir aber jetzt rein theoretisch anhand von vielen Kriterien und Filtern unseren perfekten Champ auswählen. Und ich denke, wenn der Marketplace soweit ist, werde ich mir Evento auch hier einkaufen. Alright, und nun stellen wir uns zu guter Letzt die wichtigste Frage. Wie schaut es aus mit meinem Verdienst? Wie ist mein ROI? Und dafür werden wir jetzt nun mal einen Blick in die Truhe schmeißen und schauen, wie viele Coins sich da schon angesammelt haben. Ich habe meine Heroes ziemlich genau 30 Tage lang farmiert. Und hier oben werden wir jetzt nun sehen, wie viele Becoins wir jetzt finally gefarmt haben. Tadaa! 48,79. So, das Ganze ist natürlich jetzt erstmal ganz interessant, wo jetzt natürlich direkt die Frage aufkommt, ist das viel oder wenig? Ich würde mir tatsächlich gerne dies einmal kurz ein wenig detaillierter angucken. Also, wir haben insgesamt 18 Heroes gemintet, was ein Investment von 180 Becoins sind. In 30 Tagen haben wir jetzt nun knapp 50 Becoins gefarmt, was also insgesamt ein Return on Investment von ca. 110 Tagen entspricht. 110 Tage sind ca. 3,5 Monate. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss im Endeffekt jeder selber bewerten. Was natürlich hier wichtig zu erwähnen ist, es hängt extremst davon ab, wie lucky ihr seid. In meinem Fall würde ich sagen, war ich nicht lucky. Ich kenne viele aus meiner Community, die ein ROI von knapp einem Monat haben. Aber wie gesagt, auch mal ganz nice, dass ich hier einfach mal als Beispiel dafür bin, dass man auch unlucky sein kann. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Bomb Crypto mag mich nicht, ich aber das Projekt. Tatsächlich macht es mir unglaublich viel Spaß, einfach nur den Heroes zuzugucken, wie sie die scheiß Kisten fahren. Und insgesamt würde ich sagen, ist es ein recht sicheres Projekt im Vergleich zu all den anderen Play-to-Earn-Games. Das Ganze soll natürlich jetzt nun keine Financial Vice sein. Seid vorsichtig mit dem Binden, übertreibt es nicht. Aber grundsätzlich habe ich auf jeden Fall Bock, euch weiterhin auf dem Laufenden zu halten. Vielleicht kaufen wir uns nochmal einen neuen Hero. Werden auf jeden Fall den Adventure Mode weiterspielen. Und ich bin definitiv gespannt, wann ich meinen ROI erreiche. Das soll es tatsächlich schon von mir gewesen sein. Falls du noch gar nicht Fragen hast, gerne mit in die Kommentare. Ansonsten kannst du gerne mal in Discord joinen. Dort tauschen wir uns von mir halt über Bomb Crypto aus und flexen mit unseren Super Legends, Kappi. Und wenn du grundsätzlich nochmal einen kleinen Einsteiger-Guide brauchst, dann würde ich dir mein erstes Video hier empfehlen. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Drop mir gerne ein Like, falls es dir gefallen hat. Abonnier viel mehr und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein.